Ah, uuhh. Servus, danke fürs Einschalten hier auf meinem Kanal. Daröka, do it yourself. Heute mal nicht aus dem Bulli, sondern bei mir aus der Wohnung, beziehungsweise bei mir aus dem Flur. Es geht darum, dass wir meiner Tochter ein Schuhregal bauen werden heute aus alten Weinkisten. Und da will ich euch mitnehmen. Dazu habe ich mir besorgt sechs solche Wein-aus-deutschen-Landen-Kisten. Die kennt man eigentlich aus dem Bauhaus. Beziehungsweise da kennt man nur die großen, diese Obstkisten. Und dann auch hier neu. Ich habe hier so richtig Vintage-Kisten. Die lagen irgendwie bei meinem Kumpel schon 30 Jahre im Keller oder so. Also die sind auch schön durchgetrocknet. Das sieht auch richtig verranzt aus. Dementsprechend geil zum Umbauen. Hat aber auch den Nachteil, dass das alles in sich nicht ganz so stabil sein wird, beziehungsweise es wird alles so wackeln. Ich muss es dann von unten mit so Filzdingern ausgleichen. Aber es hat für mich einfach mehr Charme, wie wenn ich jetzt zum Bauhaus gehe und mir diese komischen Obstkisten kaufe, flambiert oder wie auch immer. Das muss jeder für sich selber wissen. Der Weg wird der gleiche sein. Diese flambierten Kisten, die man beim Bauhaus zu kaufen gibt, die gibt es schon mit Zwischenböden. Da spart man sich natürlich viel Arbeit. Dazu braucht man dann aber auch kein Do-it-yourself-Video machen. Die kauft man, legt sie nebeneinander, packt ein Kissen oben drauf und dann hat man schon ein Schuhregal für die Kinder. Wir wollen das ein bisschen anders machen. Wir nehmen jetzt hier zwei Kisten auseinander. Wir nehmen die zwei langen Teile raus, beziehungsweise die vier langen Teile, kürzen die, setzen die Reihen, verschrauben alles und stellen das dann bei uns in den Flur. Also los geht's. Wie ihr seht, ich habe so zwei Kisten mitgekriegt, die so gelb angemalt sind, angesprüht, warum auch immer. Ich weiß nicht, was der damit vorher gemacht hat. Macht aber nichts, weil wir werden jetzt diese Böden rausnehmen und dann einfach später umgedreht reinsetzen und dementsprechend ist das dann unten das Gelb. Und man wird es nicht sehen. Ich will das nicht alles abschleifen, weil dann verliert man diese Patina. Dementsprechend werden wir es einfach umdrehen, aber die Kisten so sind für mich nicht zu gebrauchen und dementsprechend nehmen wir die jetzt auseinander, weil innen drin sind die nicht gelb angemalt. Das ist natürlich sehr clever. Los geht's. Als allererstes muss man jetzt diese Klammern da oben rausnehmen. Die sind aber schon so alt und mit dem Holz verwachsen, dass das wohl nicht ganz einfach wird, ohne die ganzen Hölzer zu brechen. Ich habe mir mal so ein paar Werkzeuge hier breitgelegt, mit denen ich denke, dass ich das hinkriege irgendwie. Wir werden sehen, ich werde berichten, wie es am Ende am einfachsten geht. Also ich habe einfach mal hier so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dünne Zange, eine Beißzange, eine Wasserpumpe-Zange, Wasserpumpe-Zange und einen ganz normalen Kreuzschlässchraubendreher. Und jetzt werden wir da probieren, einfach mal ranzugehen. Wie gesagt, ich mache es mal kurz im Zeitraffer. So genau muss man es, glaube ich, nicht erklären. Aber ich werde nochmal berichten, wie es dann am einfachsten geht. Also los geht's. Das kleinste Projekt und fast hier abgestochen. Ich habe ja mal kurz den Schraubendreher hier reingejagt. Das wird ganz schön. Ach, Alter. Na ja, gut, okay. Weiter muss es gehen. Die gehen gar nicht so leicht raus. Ich habe gedacht, das geht irgendwie einfacher. Dementsprechend probiere ich es erstmal mit roher Gewalt. Ich habe hier so einen kleinen Hammer. Ich habe noch einen großen Zimmermannshammer unten. Wenn es damit nicht gehen sollte, dann breche ich das Projekt hier ab und komme irgendwie anders klar drauf. Keine Ahnung. Ach, Alter. Mann, Mann, Mann. Naja, ich habe jetzt kurz mal mein Hirn angemacht und habe gesehen, dass ich ja doch relativ viel von dem Holz verlieren darf. Also ich habe zum einen hier diese Kante. Also die Breite von dem Holz hier und die Breite von dem Holz da innen drin. Dementsprechend kann ich es auch einfach echt rausbrechen, glaube ich. Ich werde es jetzt mal ausprobieren. Ich bin so ein bisschen... Alter. Mann, ey. Fuck you. Also, wir hämmern da jetzt einfach mal drauf. Einfach ist einfach anders, ne? Die Dinger sind so verrostet, die stecken da echt drin, diese Nadeln. Die kriegt man kaum raus. Ich werde es jetzt so machen, dass ich die einfach mit der... Also erstmal so frei klopfe, mit dem Hammer und mit einem Schraubendreher einfach so frei klopfen. Äh, und dann mit der Weißtange durchzwicken, aufbiegen und dann rausdrücken. Was natürlich Spaß wird von hinten. Also seid gespannt, wie lange ich hier noch rumdoktor jetzt. Also das funktioniert alles nicht so wie geplant. Äh, die sind von unten auch nochmal vertackert und zwar jedes nochmal mit Zweien. Äh, die brechen auf jeden Fall. Ich habe mir schon halb die Hand aufgeschnitten. Ähm, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Vielleicht sollte ich das sägen. So, also das funktioniert überhaupt nicht. Äh, da oben, das ging schief. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt mal kurz in den Fahrradschocken gehüpft. Habe hier alles schon mal vorbereitet, schon mal ausprobiert auch, weil das ist alles irgendwie nix, so wie ich mir das vorstelle. Äh, dementsprechend ist das jetzt, läuft das hier ganz anders als gedacht. Ich habe das schon mit der Kreissäge probiert, äh, da fliegt mir die Kiste weg. Ähm, jetzt habe ich eine Stichsäge rausgeholt. Die funktioniert wunderbar. Äh, ich schneide das alles irgendwie klein und dann kann ich da besser an diese Metallösen, wie sagt man denn dazu? Tacker-Nadeln komme ich da besser ran und kann die besser irgendwie rauslösen mit der Beißzange. Ich zeige euch das jetzt hier mal bei der letzten Kiste im Detail und dann wird es bald mal hier ein ganzes Stück. Also los geht's. Schau! Und jetzt schneiden wir das ganz knapp hier ab. Arbeitsschutz und so, ne, ihr wisst. So, man sieht, ähm, dadurch, dass ich die doppelte Länge vorhin hatte, die doppelte Breite von diesen Dingern hier oben, äh, die ich mir eingespart habe, dadurch, dass ich es rausgebrochen habe, habe ich jetzt richtig Luft, äh, das heißt, äh, ich kann mir hier ungefähr die Breite anzeichnen. Das Ding ist, äh, auch wenn ich jetzt hier nur einen Punkt hab, ähm, den übertrage ich grob da drüben, bla 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 bla, den übertrage ich mir grob da drüben hin. Äh, und schneide es einfach ab, weil die Kiste an sich ist eh nicht gerade, also das macht keinen Sinn, sich da jetzt zu verkünsteln, meine Meinung. Ähm, das heißt, ich habe jetzt hier grob das Maß, übertrage das Pi mal Daumen, sieht man das hier, so, zack. Ja, aber das schneide ich jetzt einfach mit der Stichsäge ab und, äh, ja, Mut zur Lücke, sag ich mal. Ich hab das jetzt grob in der Mitte ausgerichtet, das messe ich mir nochmal durch, aber gerade muss das alles nicht werden, wie gesagt, also ein bisschen ins Wasser, aber, äh, das passt hinten und vorne alles nicht, muss es auch nicht. Ich lege das jetzt kurz ins Wasser, das passt soweit, ähm, jetzt ziehe ich mir hier einfach ein paar Schrauben rein, da und da, und, ah, wie sieht man das hier, hier, von oben einfach hier, da und da ein paar Schrauben rein, Pi mal Daumen, wie gesagt, das ist alles halt so schlimm, am Ende sieht das kein Mensch, ähm, und das war's nochmal schon. Gut. So, ihr Lieben, also, das war's auch nochmal schon, ähm, ich will euch mal ganz kurz hier draußen zeigen, wie das Ganze, wie ich mir das gedacht hab, ich hab jetzt eins weggelassen, und zwar, ich zeig's euch, einmal, das kommt hin, so, ähm, die zwei da, zack, zack. Und das soll hier drauf, so, das Ganze werde ich jetzt noch verschrauben, also hier so verschrauben, und dann kommen hinten und unten noch diese Filzluppis drauf, äh, damit das nirgendwo an der Wand scheuern kann, und auch nicht auf dem Boden irgendwie Kraft macht, das Ganze in sich, äh, verschraubt ist, dass es ein Teil wird, ähm, ich hab das mit Absicht freigelassen, für kleine Kistchen, für Handschuhe, oder für Mützen, oder was Kinder sonst so, mit sich rumtragen, machen tun, wie auch immer, äh, ich denke, überall diese Bretter reinzuziehen, macht keinen Sinn, also ein größeres Fach ist irgendwie ganz sinnvoll, äh, dann kommt hier noch ein Brett drauf, das Ganze mit Schaumstoff und, äh, stoffbezogen, einfach, dass sie eine kleine Sitzbank hat, und dann soll es das schon gewesen sein, ich freue mich, bis jetzt ist ganz cool, ist wieder mal nicht ganz so reibungslos gelaufen, wie gedacht, aber am Ende, Produkt, sieht gut aus, ähm, mal schauen, ob es sich in der Praxis bewährt, ich werde berichten, äh, danke fürs Zuschauen, ich mache das hier immer noch fertig, lasse doch schon mal ein Abo da für den Kanal, ab und zu kommen so kleine Bauanleitungen, will ich es nicht nennen, aber so Dinger, die ich halt so zu Hause baue, ähm, auf meinem Kanal, der primär eigentlich um Bulli und Vanlife geht und so, aber das macht ja nichts, ab und zu kommen auch solche Dinger bei raus, also, bis, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Musik Ja, Why, Why? Oh, Alter, ey, ganz kurz, kontrolliert eure Schrauben, ich habe mir mal kurz jetzt auch noch in den Finger gesägt, Ah, Mann. Ähm, fuck. Scheiße, die kam auf einmal auf der anderen Seite raus. So ein Scheiß. Ich hatte irgendwie das Gefühl nicht los, dass ich die falschen Schrauben benutze. Einmal mit Profis arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.